Heute Nacht ist mächtig, was los? Aber ein Plätzchen lässt sich immer finden. Hier ist eine Quest offen, die ich vielleicht gleich mitmachen könnte. Hier Dominanz des Druiden oder Jägers. Und hier ebenfalls gewinnt drei Spiele als Jäger, Paladin oder Krieger. Das heißt, wir müssten einen Jäger spielen und würden dabei dieses Quest abschließen und dieses anfangen. So, Kartenchaos liegt an. Lassen wir uns überraschen. Schlacht um Tolborath. Okay, wir erstellen einfach mal einen Deck. Und schauen dann, wie es läuft. Wir haben gesagt, wir wollen Jäger spielen. So, das Deck ist erstellt. 16 von 20 Basiskarten. Schauen wir mal, wie es läuft. So, nochmal sehen. Ach, ich bin dort zu zeitig geklickt. Das Ende naht! Ein Kritiker? Ist niemand verpfeifen! Ja, das lief ja mal gut. Und das lief nicht gut. Ich hab auch nix zum Hochheilen. So, zieh ich ihn da jetzt. Ja, legt mir zwei Schaden. Mein Grimm hat drei Leben. Achso, den kann ich ja gar nicht ausspielen. Dann bleibt nur... Ansturm oder Spot. Wobei Spot Quatsch ist. Ansturm ebenso. Hätte ich mit dem jetzt schon angreifen können. Ach ne, der war eingefroren. Ich hab mich jetzt gewundert. So, wie bekomme ich jetzt deine Spotkarten weg? Ansturm 2 reicht nirgends. Ich frage mich ab. Ich kann nur einen Spot machen. Und geh einfach mal hier drauf. der vite in den önemli Absatz zu stehe. Dann kann ich nach unten machen. B щad. Dann perfection,t Ich fuhm hier, Ich arbeite nach ihm. Ichuya möchte leer. Hü Und ло Lo ich Ach, alles andere irgendwie auch so einfach. Stellen mich hier ein bisschen schwer an. Melde mich zum Dienst. Ich habe vor nichts Angst. Außer Mäusen. So, jetzt habe ich 5, weil ich meinen Grimm, den macht er mir eigentlich nicht weg. Das spiele ich mal aus. Okay, das geht gut. Alles klar. Schade, ich kriege den Grimm kaputt. Jetzt muss ich bloß noch seinen Spot da wegbekommen. Aber ich weiß nicht, wie ihr mal überlegen. Ich hatte hier einen Kampfschrei. Ich habe ein Liesiges gemacht. So, dann nehme ich mal 2 Mana-Kristalle. So, und ziehe noch. Moment, wir machen das anders. Jetzt hier. Spot dazwischen. Und was haben wir hier? Verleihet einen Dämonen. Plus 3 und gebt eurem Gegner ein Malar-Kristalle. Ist das ein Dämon? Ist ein Dämon. Wer möchte nun, mein Dinger? Das war schlecht. Riecht's hier nicht ab. Oh, Mensch. Spot. So, jetzt muss ich den wieder wegbekommen. Was habe ich denn jetzt hier? Spot. Und andere Dämonen. Plus 1, plus 1. Den spiele ich mal aus. Habe ich noch was mit 2? Ja. So. Moment. Ich jage allein. Ich kümmere mich drum. Wer möchte nun mein Seidening nicht schmecken? Er zittert. Oder was? Sturmwisch. Wer möchte nun mein Seidening nicht schmecken? Lassen wir die Schau raus. Mein Schild für Argus. So. Und da ist doch diese Kotte perfekt. Ich habe jetzt noch 15 Angriff. Was ist denn das für ein Geheimnis, was er hat? Ich spiele mal keine Karte aus. Ich spiele mal keine Karte. Na? Wenn es tot ist. Läuft. Alles klar. Läuft. Sehr schön. Junko. Was? Unter tausend Kino? Ein Gold? Wir haben alles was Spaß macht. Schwerter, Messer, riesige Golem Armeen. Okay, neues Quest. Aber das soll es ja für heute gewesen sein. Wir gehen mal zurück. Schauen uns noch... Vier Packungen habe ich. Schauen wir mal rein. Okay, Makio spiele ich ab und zu mal. Selten! Selten ist immer gut. Wir machen das so. Ihr schreibt am besten, wenn es wirklich eine Bombenkarte ist. Welche das ist. Welche so gut ist. Ich kenne mich jetzt nicht so aus. Ich spiele halt mal gelegentlich. Aber das war es dann auch schon. Ich kenne mich. Was? Was ist das? Ich kenne mich. Ich kenne mich. Schreie. die ist gut so eine packung noch alles klar das heißt wieder neue decks zusammenstellen aber das machen wir beim nächsten mal und ich sage bis demnächst wenn es euch gefällt oder irgendwas geändert werden sollte einfach in den kommentaren schreiben bis dann